Du meinst angreifen Das ging doch mit irgendeinem, oder? Diese, diese, diese... Wenn du eigene VTL hast, dann kannst du diesen VTLs direkt Tower bauen und den dazu benutzen, dass deine eigenen VTLs die Gegner schon verteidigen können Jaja, deine Mutter Und so... Das schon verstanden Die starten dann praktisch automatisch und... So... Ist aber Schluss hier Eine Flax halten dicht Musst du genug davon bauen So, was macht du auch die Forschung? Zu wenig Gleich mal größeres Kraftwerk erforschen Ah, ich erforsche mal wegen Luftabwehr Munition Und... Das andere mach ich schon Energieressource Oh, die andere Flacke In der 2 What? Ich weiß grad gar nicht, was ich erforschen soll so genau Autorepair mach ich mal Ah, Forschung kann ich erforschen, das ist gut Da macht man nichts verkehrt nicht Da macht man nichts verkehrt nicht Ja Adventure Engineering klingt auch gut Und... was noch? Bessere Repairfabriken Da hast du auch sowieso nicht Oder hast du davon schon eine? Hä, will ich aber noch bauen Ich glaub ich muss noch mehr Luftabwehr bauen Ich komm immer noch durch Ich brauch auch mal wieder eine Karte Das wär schön Ich brauch einfach mal von jedem Turm eins Das passt dann schon Die bauen auch Cyborgs Die Panzer bauen ja auch Aber nur Luftabwehrfranzen Ich muss ja bald noch Kanonen bauen Jetzt soll ich mal lieber noch ein paar Trucks bauen Bauen wir noch drei Trucks Also auf Techlade 2 taugt die halbwegs was Die KI Gut, wir haben auch sechs eingestellt ne? Wir haben auch schwer eingestellt Ja Zyklon Flak-Torret Keine Ahnung ob die gut ist Doch die ist gut Die macht mir Scham Da erforsche ich die jetzt mal Und bauen wir neue Fabriken Halt, das ist das Modul und keine Fabrik Bauen wir mal wieder meine fünf Fabriken hoch Du hast eh nicht so viel Geld Ich hab 700 noch was Echt? Ja Ich hab überhaupt nichts Was machst denn du? So, dann bauen wir noch eine Repairfabrik hier hin irgendwo Ah, jetzt kommst du schon nix mehr durch Sehr gut Und setzen wir überall noch ein wenig ein Modulchen drauf Nein, Cyborg Fabrik möchte ich nicht bauen Forschung abgeschlossen Wo ist es denn jetzt? Hä? Factory Modul Konstruktion abgeschlossen Grundlagenforschung abgeschlossen Grundlagenforschung abgeschlossen Grundlagenforschung abgeschlossen Konstruktion abgeschlossen Oh, jetzt wird's hart Jetzt kommst du mit Lenzer Oh, dann soll ich vielleicht mal ein paar Abwehrschirme bauen Oh, jetzt kommt der nächste Gegner Ach, leck mich doch Ist der nächsten Richtung, fickt euch Ist Zyklon schon fertig? Ich hab gerade keine Zeit Keine Zeit Wir haben bei euch mal ein paar Panzer Ich muss erstmal noch mehr Luftabwehr errichten Die pissen mich hier nämlich grad ganz schön an mit ihren Zwischenschau zwei oder drei KIs Also die Luftabwehr krieg ich ganz gut weg, aber Die sind jetzt schon so dreist und bauen Opferdschirme in meine Basis Mit Sandsecken? Gib dir mal einen Punkt, den kannst du jetzt angucken Da fährt eine Reparatureinheit vom Gegner vor meiner Basis rum Guck, der fährt da mit einem Zwack rum und baut da einen Lenzer oder keine Ahnung So, ich brauch erstmal ordentlich Luftabwehr Zum Glück haben wir das nicht fertig gekriegt Angegangen Konstruktion abgeschlossen So, ähm, Forschung, Forschung Äh, Panzerung Ich baue mal ein wenig bessere Mauern, ey Erforsche mal bessere Mauern meine ich Haben wir schon Lenzer? Sind Lenzer noch gut hier? Wir haben Lenzer, Lenzer sind auch noch gut, ja Gut, ich erforsche mal bessere HI-Flacken Mehr Energie braucht man Habe ich Zyklungen AA Site nicht erforscht schon? Scheinbar nicht Ähm Basisstrukturen bessere und noch irgendwas Die Site hast du nicht erforscht, aber die Kanone dafür hast du erforscht, weißt? Konstruktion abgeschlossen Man muss ja immer erst die Kanone erforschen Ja, richtig Okay, ich erforsche mal Auch wenn die wahrscheinlich viel zu spät kommt, weil ich schon ewig die Dinger gebaut habe, so, aber naja Rüste die mal weiter auf So, dann fang ich mal an hier So Lanzer Bunker oder Aufhängung, was war denn da besser? Bunker hält mir aus Okay Aufhängung kann halt über Bunker schießen, ne? Oh, die stehen eh bei mir ganz vorne an der Front jetzt, die Lanzer gleich Obwohl, Bunker kann auch über Bunker schießen, von daher Bunker kann nur nicht über Mauern schießen, das ist das Einzige Greif mich hier ständig an Das ist so leicht rassistisch und den Soll ich denn sagen Ich wundere mich schon, warum meine Trucks jetzt was erforschen wollen Vielleicht bin ich einfach im falschen Menü Gut, dass wir meine Ölquellen nicht angreifen Meine greifen sie an Meine zum Glück nicht Die greifen lieber meine Basis an Die ich jetzt mal ein wenig zu mauern werde Okay, jetzt habe ich gerade irgendwas mit Energieressource gehört, das macht mir da ein wenig Sorgen Unten rechts hast du noch eine Energieressource Oh, die habe ich gerade jetzt entdeckt Könnt ihr endlich mal aufhören Die pissen mich gerade nämlich schon ein wenig an Sind die auch sechs, ne? Also Sind es sechs? Ah ja, Baby Die wollen Sex von dir Was macht Satelliten? Uplink Das gibt dir die ganze Karte Nehme ich Mach ich doch schon, brauchst nicht mehr Ich erforsche mal den Scavenger-Wall Okay, fertig Ja, das geht schnell Jetzt kannst du Scavenger-Machine-Gang-Tor Nuklear-Reaktor klingt lustig, erforsche ich Oh, gib dir ein bisschen Energie wenn du bist Resistenz zu ihr jetzt, was war denn das? Ach ja, erforsche es halt mal Was meinst du? Resistenz-Ziekundel irgendwie Bessere Basisstrukturen bin ich, hey Bin ich dafür? Noch was? Ähm, neben dem Nuklear-Abwehr-Machine-Gang-Tor hast du jetzt Habe ich schon Was ist? Ich sagte, neben dem Nuklear-Abwehr-Machine-Gang-Tor hast du jetzt ein Heavy-Repair-Tor hat Was soll ich damit? Na, du kannst besser reparieren, bevor du die bauen willst Du meinst zwei Luftabwehr-Panzern, würde das bestimmt Hä, ich hab ewig die Luftabwehr-Machine-Gang-Tor stehen und Ich bau mal ein bisschen Atelier, mir reicht's jetzt hier Ah, sie greifen mich irgendwie an Mit Lufteinheiten kann ich natürlich nicht auf den Boden schießen Nein, kann ich nicht Die haben einen Truck gekillt, diese Arschgesichter Also einen meiner Trucks Die halten ja auch nix aus, ne? Die brechen gerade durch meine Verteidigung durch, ich bin gleich tot Ich glaub, das können wir vergessen Sollte... Ich hab kein Geld mehr Ja, aber... Alter, wie kommen die durch meine Luftabwehr durch? Ich hab' ich die Mauer gezogen und roste noch Okay... Doch ein bisschen zu hart, ne? UKI, ist ganz einfach, ja... Ähm... Räumen sie bei dir auch gleich auf? Ah ja, fängt bei dir auch gleich an Oder sind das deine Panzer? Sind meine Panzer Ja, schön, bei mir räumen die grad richtig auf und ich hab' keine Ressourcen mehr für gar nichts Hier in Flammenwaffe Oh toll, da steht eine Reparatureinheit direkt daneben Ich geh' dem Panzer Ach, das schaffst du ihn ja noch, geht er noch? Hm... Oh, er hat's sogar geknackt Nein, ich glaub' ich bin gleich tot Kann hier noch, äh, ein Truck geben, wenn du brauchst In meiner Basis Gib mir lieber mal Einheiten Fahr doch mal... Hallo, Fahr da weg! Einheiten, die auf anderer Seite der Map sind, dann Ja, nö, die sind durch meine Verteidigung durch Das kannst du, glaub' ich, vergessen Es sei denn, die lassen mein Kraftwerk und so stehen Und in der Fabrik Wo hast du mir jetzt Einheiten übertragen? Äh, da... Wow, was soll ich damit? Truck hab' ich selber noch Absicherung Ich brauch' Panzer, die die ganzen Feinde vernichten Ach... Weiße... Die Lancer tauchen überhaupt nix mehr Ey, wie kommt hier noch meine Basis? Okay... Super, der ZLBD KI ist total einfach Und dementsprechend spiel' ich auch Und jetzt überrennen die mich einfach Ey... Ich hab' dich auch lieb Arschloch Ich hab' dich auch lieb Ich dachte, also... Du dachtest... Das ist Tech Level 2, ne? Da sind sie wohl ein bisschen härter Also bei 1 sind sie total schwach, weil sie das falsche Bauern Super, die besetzt ist auch noch meine Kraftstoff-Dinger Ja, kannst du vergessen, glaub' ich Hey, ich krieg' langsam Geld, kann ich ja Panzer bauen Oh, die waren mir eine neue Basis Ja, und wo nehm' ich die Energie her, du Hans, wurscht? Da oben ist eine Fall geworden Wow, eine, ja... Ja, die wirks ruhig Ist ja fast schon etwas, ne? Ja... Vielleicht lassen sie deine Basis ja auch ein bisschen in Ruhe nach Nein, glaub' ich nicht Glaub' ich auch nicht Ich könnte ein paar Lenzer-Panzer schnell bauen So... Ich hatte eben Minus-Energie Okay, ich bin auch fast im Arsch, ja doch Ey, sie haben aufgehört auf mich zu schießen Oh nein, das täuscht bloß Ich hab' zwar noch ein bisschen Verteidigung, aber... Der Sound ist ein bisschen laut, stell' ich grad fest Super-KI Super-KI Ist total einfach, ja, ich hab' keine Karte mehr Super-KI, ist total einfach, ne? No, doch Brauchen wir keine Verteidigung bauen, ne? Wieso denn auch? Hey, meine Kraftwerke stehen immer noch Aber meine Panzer werden, glaub' ich, nicht mehr fertig, oder? Doch, vielleicht noch Oh, ich hab' meinen Sammler verloren Äh, meinen Sammler Ich mein' meinen... LKW Ja, der auf meine Seite ist auch schon weg Der von dir auf meine Seite Ernsthaft? Ja War ja toll, dass du den gegeben hast Der hat ja richtig was gebracht Ich hab' auch keine Trox mehr Ich hab' bloß noch drei Panzer Drei Panzer Ich baue grad'n Panzer Der wird sogar noch fertig, vielleicht Bisschen Verteidigung hab' ich noch Also, der eine Panzer wird auf jeden Fall noch fertig Ja, ich hab'n Panzer fertig Jetzt geht's los Ja, jetzt geht's los Jetzt geht's los Das ist ein Panzer Der macht alles platt, Mann Ja, der ist ja noch relativ gut eigentlich Was, mein Panzer? Ja Bist du bei mir, oder was? Ja, ich guck' bei dir Wir sind jetzt grad Den hab' ich eben erst gebaut, Mann Der ist neuste Technik, was wir zur Verfügung hatten Bevor das Licht ausging Na ja, Atomreaktor ist schon fertig, fast Na, nicht ganz Ah, diese Mistkerle Der kann nur leider nicht in die Luft schießen Das ist Ja, das kann er nicht Muss ich's mal von den Panzern bauen Okay, das war mein letzter Panzer Ich hab' noch einen Ahaha, ich roll' jetzt erstmal auf in meiner Basis Meine Mission ist fehlgeschlagen Ich brauch' noch einen LKW Ja, die gehen schon gut ab, ne? Also, nach mir Heimschluss Ich hab' noch einen Ach, ich hab' einen Panzer, was willst du überhaupt? Das ist das Neu Und danach Ich kämpf' jetzt mich über diesem einen Panzer frei Der Beude wird angegriffen Ich lasch' ihn mal aus Treffergenauigkeit von den Lantern ist immer noch super Ja, das ändert sich auch nicht, ne? Und die Schussgeschwindigkeit erst, ne? Ja, jetzt kann ich doch keinen LKW mehr bauen Egal, ich hab' noch einen Panzer Der ist noch ganz in Ordnung Und der killt gleich seinen dritten Panzer schon Ja, der hat schon Du hast keine Republikerdings gebaut Ich hatte eins Das wurde aber irgendwie abgerissen Ich forsch' noch den Das sollte die Dings bringen zu Ende Hey, ich könnt' auch noch was erforschen Gibt's hier nicht noch Aufrüstung für Panzerung auszu-erforschen Gutes Argument Panzerung Und'n Motor Nein, Thermal-Armor Guck' mal, was meine Basis sagt Die Schuhe kommt weg Ja Und'n Motor noch Haha, ich erforsche jetzt Dann bin ich noch viel mächtiger Okay, meine Basis hat sie grad'n Luftdorf verlöst Ich nehm' die Artefakte mal mit Like-Bully-Fisch entdeckt Kommando-Sender, da kann ich jetzt bauen Hey, sie haben aufkürblich anzugreifen Ich hab' noch zwei Energiequellen Ich hab' denen mal Energie gegeben Ich hab' denen mal Energie gegeben Genau das, was ich nicht brauch' Gib' mir mal Luftabwehr, schnell Ah, da kommen Gegner Die werde ich zerreißen in der Luft Ja, die zerreiß' ich in der Luft Was haben die denn da für Waffen? D-Bug Oh, der beschießt mich dann mit irgendwas Das ist auch ein Lancer, glaub' ich Ne, nicht ganz, das ist irgendwas anderes Kann ich schicken Ja, ich hab' irgendeine Forschung noch abgeschlossen Das war die Wärmepanzerung Und mein Panzer ist Tschüss Toll Super KI, ganz einfach Jo, sag's doch Hey, warum schlägt jetzt die Mission für die Ich hab' doch noch gar nicht alles verloren Das ist egal, das ist... Damit kannst du nichts mehr ausrichten Ich weiß nicht Ich kann so lange weiterspielen, bis der Gegner keine Lust mehr hat Ist klar, vielleicht hast du eher als verloren Ja Das will ich noch sehen Ich auch Alter, was da jetzt alles kommt Ja, ne Bist du über die Karte jetzt komplett dunkel Ich spiel' doch gar nicht mehr mit Ja Äh, Mission beenden Hatte ich jetzt nicht auf Mission beenden geklickt? Die hast du auch alle in ein Team gesteckt, oder? Ja Du bist so schlau Ecklich Natürlich Auf T1 taugt die nix, aber auf T2 Oh, das Spiel kann ohne Spielleiter nicht weitergehen Oh, wie schade Ja, ich hab's mal abgebrochen Warum denn? Ganz lustig War doch grad zu lustig Mhm Doch Ist ganz lustig, aber warum verliert man ja Also willst du noch eins spielen, oder? Nein Könnt ihr mal gucken, was mein Speicherplatz sagt? Nein Wasn't his crashed, oh shit Aha, das sagt also dein Speicherstand Sagt ja alles aus, ne? 93 GB 1 versus 1, no noobs Also auf solche Server geh' ich immer nicht, weil da sind meistens selbst no noobs drauf Gut, das werd' ich dann wahrscheinlich nie mehr aufnehmen New Version of Warzone ist inkompatibel wie Sister Version 2,3,9 Ist doch uralt Ich glaub' da hab' ich Zeit, hab' ja noch nicht gespielt, oder? 3,3 hast du überhaupt nicht gespielt, nein Ach, du hast auf 2,3 hast du gespielt, ne? Ja, irgendwie 2,3,4 bis 2,3,9 kann das sein? Ich hab' ja zwischendrin mal geaktualisiert Oder war 2,3,4 die letzte Version, keine Ahnung Du hast auf 2,3,1 gespielt, ne? Ja, ich hab' zwischendrin ja mal geupdatet Ja, auf 2,3,1 Ne, 4, oder? Keine Ahnung Ich hab' mehrmals geupdatet, wenn ich mich richtig erinnere Lass' uns das Tutorial spielen Lass' uns mal die Credits anschauen Da kommt kein Text bei deinen Credits Natürlich kommt der Text Wann denn? Bitte Wow Wann jetzt mal halbe Stunde warten, bis endlich mal anfängt der Text hoch zu scrollen Ich will mir hier keinen Kinofilm anschauen, ich will die Credits sehen So ähnlich wie das sieht meine Basis auch aus, wie auf dem Bild, das ich da jetzt hab' Also mach' mal Schluss, oder wie? Äh... Na, wir können alles machen Wenn du möchtest Mir ist auch egal Mir ist auch egal Halt, ich will keinen zu öffnen So, es geht noch ein schnelles Einer geht noch, einer geht noch rein Wenn ihr anfängt eure Freunde das zu singen, würde ich euch Sorgen machen Die selbe Map, oder wie sieht's aus? Oder nur eine andere? Wir können nur Standard-Mappen nehmen, oder? Ich kenn' die Maps alle so gut, von daher... Ich glaub' mein Warzone hat sich grad aufgehängt Ja, gut, dass das Spiel nicht absturzanfällig ist Muss ich gar nicht die Aufnahme jetzt neu starten Ja, und das du mit aufnehmen könnt Ich geb' grad die falsche IP ein Da musst du gar keine IP eingehen Aber dann find' ich die schneller Unter dieser riesigen Liste SOS Stilfinio, ja Willst du die wirklich wieder auf hart stellen? Das ist der alte Clan Na komm, da sind nur zwei, die schaffen wir ja wohl Ich seh, ich weiß jetzt schon wie das endet Das sind... Viel weniger, also wenn das nicht schaffen Wenn das nicht schaffen, dann haben wir wirklich nix drauf Das gegen die 6 hat man auch schaffen können Aber wir sind halt... Nicht so ne Überpros, ne? Ich glaub' das musst du doch mal nachbalancen Nö, das passt schon Ich hab' das Spiel ewig nix mehr gespielt Du musst noch ein bisschen stärker machen müssen Auf T1 vor allem Du musst es so machen wie es bei meinen Indies ist Bei Battlefield 1942 Indies Wenn du da alliiertes Spiels hast du nix mehr zu lachen Dich... Energieressource Aber die Grafik kann sie sehen, das neue Ich find' die gut Ja, ist halt Warzone 2100 Grafik Was soll ich dazu jetzt sagen? Ja, die Bogentexturen sind auf jeden Fall besser Du hast die Fliesen in deiner Küche fotografiert und eingebaut Toll Ja Ja